herzlich willkommen liebe hilfesuchenden im nächsten video zum strand mit schiffswrack ich zeige euch mal eben wo wir die vier dokumente hier auf der karte weg snacken können von hier oben kommen wir und rennen runter erstmal hier zu dem ersten campfire und von da aus starten wir wir kommen wie gesagt von da oben rennen hier am campfire vorbei in die gasse richtung zu des bootes das wir reparieren müssen und wegen hier einfach rechts ab und schon ist das erste dokument unser ich spüre etwas an diesem ort etwas dass ich seit meiner kinder das zweite dokument findet ihr auch ganz schnell das ist nämlich im grunde genommen genau gegenüber von dem raum wo wir gerade drin waren hier in diese tür rein und da liegt es hier auf dem tisch das dritte dokument findet ihr weiter hinten auf der karte also südöstlich kurz vor dem level ausgang zum bunker da kann er seit ihr an dieser stelle und müsste einen seilpfeil darunter schießen das leitet ihr einfach drüber klettert hier die klippe hoch und rennt dann hier links in diese unterführung und da liegt dort das dokument und das letzte dokument befindet sich ziemlich am ende des levels wenn ihr das dann durch die durch die kampagnen führung fast verlassen werdet ihr kommt hier auf dieser plattform an nachdem ihr euch den den aufzug hoch gekraxelt habt und mit dem seilpfeil einmal hier rüber gegangen seid da liegt das dokument hier hinter der zerstörten wand auf dieser kiste das waren alle vier ich hoffe wir konnten euch wie immer helfen und freuen uns schon auf euch in den nächsten videos macht's gut und die armen leute von der endurance eine tragödie